Das ist noch gefährlich. Der Kopfball ist drin! Ein super Kopfballtor, das kann man nicht anders sagen. Super gemacht, da hat er sich gut im Strafraum bewegt, verschafft sich etwas Platz und setzt sich dann klasse beim Kopfball durch. Da hat er den Doppelpark, sehr gute Leistung. So, jetzt können wir uns den Treffer nochmal genau anschauen, diesmal aus einer anderen Kameraperspektive.